Sein Coming-out ist so bedeutsam, weil er der Erste war. Ich meine, ein schwarzer Mann, Profifußballer, der sich dazu entschließt, endlich er selbst zu sein und sich als schwul outet. Und das zu dieser Zeit. Die Wahrnehmung, die Kinder und die Kinder müssen, dass es okay ist, dass sich selbst zu erinnern, dass sich deine Sexualität zu erinnern. Und wenn es das heißt, dass Leute wie Justin Fashion, die die Reputation von einem sehr macho-aggressiven Footballer, haben zu sagen, hey, listen, ja, das ist das, was in meinem Leben passiert, dann werde ich das tun. Denn die Grundlage ist, dass sich selbst zu sein. Die Grundlage ist, dass sich selbst zu sein.